Sping-G-Hahahahahahaha! Hahahaha! Hahahaha! Hallo und herzlich willkommen zurück bei Metal Gear Solid 4. Nach dieser kompletten Niederlage am Ende von Akt 3 in der letzten Folge sind wir jetzt wieder im Nomad. Wir kriegen das Mission Briefing für Akt 4. So, auf geht's. Dritte Akt, Ende. Haha! Snake trifft erneut auf Liquid, aber kann nur zusehen, wie er aus Osteuropa entflieht. Mit dem Tod von Big Mama und dem beinahe Tod von Meryl, aber wurde ja von Johnny gerettet. A.k.a. Akiba. So, Mission Briefing auch wieder, Sequence Only. Also, bis danach. B.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K. B.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A Da da hira no Ichi no toriu Neon Yamashita Sasabe Kofu dai Toki wo dai Mio Kinkuchi Kofu 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 A detalj Ich dachte, du könntest nicht die Nugent mit GW. Wir können nicht. Wir haben die WMD-Würfersen genommen und die Weapons-Würfersen gemacht. Aber die WMD-Würfersen sind noch nicht die Nugent-Würfersen. Das ist jetzt der Rex. Ich weiß, dass die Nugent nicht die Nugent-Würfersen sind. Vamp, wie lange bis Rex ist bereit? Die Nugent-Würfersen sind noch nicht. Wir haben die Nugent-Würfersen gefunden. Wir haben die Nugent-Würfersen gefunden. Die Nugent-Würfersen sind nicht so verletzt. Die Nugent-Würfersen sind nicht so verletzt. Das ist ein guter Ort. Das ist ein Satellit-Würfersen. Wir haben eine Nugent-Würfersen. Wir müssen nicht über die Patriots unterhalten. Bis zum nächsten Mal, wenn sie wissen, was passiert ist, dann wird alles vorbei sein. Once, J.D., die Core-A.I. ist verletzt. Die Nugent-Würfersen werden die Nugent-Würfersen und alle Systeme unter J.D.'s Kontrolle werden dann die Nugent-Würfersen. Jetzt geht's. Wir haben die Nugent-Würfersen. Ja, Mann. Was ist das? Was ist das? Ein Bild vom Mark II greift hier. Also? Ja, Drebben sagte etwas über das. In der Beginn, das Patriot-System war kontrolliert von vier A.I. mit JD am Anfang. Ein von diesen A.I. war GW. Die Patriots glaubten es, dass es sich verletzt wurde, aber Liquid konnte es als Cover nutzen, um in den System zu verletzen. GW. Ich wusste, dass ich den Namen habe. Ja, GW war einer der Patriot-Sell A.I. Es wurde installiert auf Arsenal gear. Emma's Worm sollte es permanent aus der Kommission haben. Aber Liquid hat es irgendwie zurückgebracht und es repariert. Ich denke, dass JD nicht möglich sein kann, dass GW gewinnen, obwohl es in dem System der Patriot-System ist. Es ist eine Blinde. GW wurde ausgesprochen als Lost, während es noch in die Zeit war. Ich habe es mit dem, dass Liquid interfert mit der A.I. von der Mitte. Er hat Kontakt gemacht unter dem Gelegenheit von Big Boss genetischen Kode. Auch der A.I. der Detektion System der A.I. mit der A.I. Das alles macht Sinn jetzt. Das ist der Grund, dass die Arsenaal die Berserk fünf Jahre alt war. GW war auf dem Board. Wo ist das Haven? Wo ist der Base? Keine Angst. Mei-Ling benutzt die Position des Mark II, um zu beschreiben, um den Flügel zu verbreiten. Es ist nur ein Zeitpunkt, bevor wir ihn finden. Aber das ist nicht alles, die Flügel gesagt hat. Es ist etwas über Rex zu sein. Rex. Ich meine... Shadow Moses. Es ist Campbell. Die US-Militarie sind alle in Liquid's hands, jetzt. Die Region-Militarie sind alle geöffnet. Die Schäuze fallen auf der Erde. Es ist der erste totalen Feuer in der Menschheit. Wie ist die White House responding? Die Publikum? Die Präsidenten haben noch eine offizielle Anrufe. Aber die Medien starten auf das. Die Informationen werden trotzdem kontrolliert. Ich bin nicht in der Lage. Ich bin nicht in der Lage. Die Wark-Economie ist auf eine ein Verbreche. Es ist schwer, wenn die Krise auf die Krise aus diesen Warten zu spielen. Die Wark-Economie-Bisenten sind bereits in eine Verbreche. Sie müssen sich selbst in der White House verletzen. In jedem Fall, Amerika besser sleep soundly, während sie noch kann. Liquid's Insurrection beginnt. The first thing he'll do is try to destroy the system the Patriots built to control the US. He's already taken the system. No. Supreme Authority still resides with JD, which the Patriots still command. Which is why Liquid plans to launch a nuclear strike on JD in its orbit. But Liquid only controls SOP, and SOP only controls guns and small firearms. Unless he gains Supreme Authority, Liquid can't use America's nukes and ballistic missiles. So how's he gonna launch this strike? Good question. The US converted its nuclear arsenal to reliable replacement warheads two years ago. RRWs. Yes. The core of the RRWs is now completely ID controlled by the SOP system. You'd need Supreme Authority from JD itself to control them. And they can be shut down remotely in case of an emergency. All the old nukes were pulled out of service when they deployed the replacements. If Liquid can't use the nukes, then... Then what's the plan? That's it. He's going to use Rex. What? Rex was scrapped before the Sons of the Patriots system was implemented. Of course. The Railgun. Indeed. Rex's Railgun can launch a stealth nuclear warhead into space unconstrained by the system. In short, it's the only device they have that is able to launch a nuke. The Liquid's going to use it to kill JD and deliver the coup de gras to the Patriots' reign. Campbell, where's Rex now? I think you know. I think you know. A long forgotten base in US territory outside the Patriots' control. The place where Liquid made his debut. His monument. Off the Alaskan coast, in the Fox Archipelago. Shadow Moses Island. If Liquid destroys JD and his GW assumes total control over the system, he'll have the world at his fingertips. And no one will be able to stop him. Not even the Patriots. You are the only ones who can save us now. Snake. I'm counting on you. Defeat Liquid and put an end to his insurrection. Enough is enough, Snake. You can't take any more of this. I'm not dead yet. That's not what I mean. You can't beat Liquid. He's got the Patriots' own control system on his side. Not only are weapons useless, but the US military is in shambles. And even if it weren't, Liquid's got enough men and machines to match it. Not only are weapons useless, but... Things can't get any worse. Face it, Snake. We've lost. Cough. 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 We never stood a chance. Cough. It's not just about winning or losing. Ich weiß, wir haben das angefangen. Und es ist unsere Aufgabe, es zu Ende es zu haben. Sonny. Nein, Jack kann nicht gehen. Er ist noch nicht bereit. Er braucht sich zu essen. Ich gehe, Sonny. Nein, dein Dialysis ist noch nicht fertig. Snake. Er ist noch nicht bereit. Snake. Ich werde gut sein. 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 Ich werde dünn. Ich werde eine Hohe. Ich werde mehr Licht aufhalten. Anon, so lange wie du mich folgst, du wirst nie sehen den Tag. Du und ich, wir beide sind nur wunderschön in dieser Proxie-Ware. Aber als das Ende ist, wir haben unsere Freiheit. Raiden. Ich werde dich verlassen. Das ist die einzige Weg, in dem ich frei sein werde. Raiden, fünf Jahre назад. Das ist nicht was ich. Ich habe nichts zu verlieren. Ah, nicht ein Idiot. Du weißt, du hast jemanden zu schützen. Das war niemals für mich. Es war sogar der Tag, den Tag, in dem ich geboren bin. Du hast alles falsch gemacht. Du warst die Lichter in dieser Lichter. Du kannst immer schreien durch die Schmerzen. Die Lichter. Die Lichter. Raiden. Schau mal. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Du kannst dich mit mir gehen. Du weißt, das? Ich habe keine Zukunft. In ein paar Monaten, ich werde ein Weapon der Mass Destruction sein. Du... Du hast eine Familie. Ich habe keine Familie! Ich habe nichts. Ich habe immer nur allein. Immer. Ich habe keine Familie. Ich habe keine Familie. Ich habe keine Familie. Ich habe keine Familie. Das ist mein Geheimnis. Dr. Amrick? Mei-Ling. Ich habe die Ergebnisse zurück. Es ist offiziell. Er ist auf der Schadow-Moses. Wir haben den Metal Gear Mark II verabschieden, aber der Schiff war in die Richtung der Schadow-Moses. Das ist ein Bild von der Schadow-Moses, von einem Satelliten des Zivilisten. Der Schadow-Moses ist auf der Schadow-Moses. Herr, haben Sie gehört, dass das ganze Fox-Archipelago in der Schadow-Moses geht? Die Schadow-Moses sind bereits verabschieden. Die Schadow-Liquid gibt es nur eine Sache. Er wird den Rex benutzen. Das ist wie es sieht aus hier. Die Metal Gear nach Rex wurden mit System-ID. Das ist ein Bild von der Schadow-Moses. Das ist ein Bild von der Schadow-Moses. Das ist ein Bild von der Schadow-Moses. Er hat sich nicht nur eine Person, die wissen, was passiert. Es war so, dass nichts mehr passiert. Die Daten wurden falsch verabschiedet oder verabschiedet, damit keine Schadow-Moses verlassen werden. Wir sind aus der Schadow-Moses für die gleiche Grund. Rex und die Nukes sollten immer dort sein, wo sie vor neigen Jahren waren. Unbezüchter. Eine Schadow-Moses. Eine Schadow-Moses. Eine Schadow-Moses. Na, ich würde sagen, es ist eher eine Schadow-Moses. Und es ist auch sinkend. Ich dachte, ich werde nie zurückgehen. Ich werde zurückgehen. Es dauert mir einen Zeitpunkt, um dort zu kommen. Aber ich werde dich aus der Schadow-Mose. Sie ist die einzige Schadow-Mose in der Schadow-Mose. Sie ist die einzige Schadow-Mose in der Schadow-Mose. Seitdem es wurde decommissioniert, bevor das System gelegt wurde. Und warum ist es nicht so weit entfernt? Autokon! Du bist nicht mehr mit deinen Schadow-Moses. Oh, ich... Ja, ich... Ich verabschiede zu Kontakten. Wir sehen uns in der Schadow-Mose. Die Schadows-Mose. Die Schadows-Mose in der Schadows-Mose. Die Schadows-Mose in der Schadows-Mose in der Schadows-Mose. Ich muss auch anbeißen für mein Vergangen. Bein, oder. Rex ist eine Schadows-Mose, erschütter aus meiner Forschung. Wir gehen! Schadows-Mose in der Schadows-Mose in der Schadowskomm. Ja, so sieht's aus. Es geht zurück in alte Gefilde. Dieselbe Insel wie im allerersten Metal Gear Solid. Ja, das war ein Highlight, als man das zum ersten Mal hier gezockt hat, dass es auf die erste Insel zurückgeht. War schön. Tja, aber so sieht's aus. Mei Ling hilft uns zwar von der Missouri aus, aber naja, mit ihrer Hilfe können wir erst wirklich aktiv in Akt 5 rechnen. Aber egal. Raiden geht's besser, aber noch nicht gut. Und auf den werden wir wohl erst mal noch nicht bauen können. Ist erstmal egal. Wir machen hier wieder einen Cut und in der nächsten Folge geht's zurück ins Fox Archipel. Also bis dahin. Tadaa! Untertitelung des ZDF, 2020